Hallo Freunde, wir sind heute hier am Allersee zum Drachenbootrennen und zwar hinter mir seht ihr das Fahrerlager, hätte ich beinahe gesagt, das Paddlerlager, alle paddeln ja. Und ich habe für euch wieder ein schönes Video aufgenommen von den Aktionen hier, von den Paddlern auf dem Drachenbootrennen am Allersee in Wolfsburg. Und ja, ich zeige euch da gleich mal einen Ausschnitt und ihr kommt und begleitet mich. Wir gehen in die Richtung. Jaaah! Musik Schmarrn 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Musik So, hallo Freunde, ich bin immer noch beim Drachenbootrennen, ihr seht es hier hinter mir, das letzte Boot verlässt den Hafen, hätte ich beinahe gesagt, und ja, die Jungs und Mädels haben wirklich alles gegeben, sehr schöner Nachmittag, und ich gehe jetzt von oben nach vorne und schaue mal für euch, was ich noch für ein Video einfangen kann, und ja, ihr folgt mir einfach, und dann geht es nochmal weiter. Musik 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 Spannende Musik Mit der Möglichkeit mit EM und auch mit der Wenn du so immer auf dich zukommen kannst, denn dann kannst dir bestehen, dass du am Christrad hier anfängst zu drehen. Und ein, zwei, drei bist du einfach glücklich dann. Doch wenn du dann plötzlich noch mehr brauchst, dann wird's bunt heut. Dann sagen alle 50 Jahre, machen Color und so schön heut. Komm lass dich schminken, hier gibt's was ohne Beine. Einfach hinsetzen und bunt machen es dran. Bei WM kannst du nicht nur heute paddeln, nein auch bunt machen. Ist jetzt hier am Stand mal dran. Yo! Los 80erá, los 80erá, los 80erá, pero vengo en quien quiera. Las 80erá, los 80erá, los 80erá. Ich hoffe, es gefällt euch und ich habe wieder mein Bestes gegeben. Hier oben am Allersee zum Drachenbootrennen 2023, richtig schöne Veranstaltung. Komponenten, ne, sorry, Wasserträder auf Bahn, und auf der Bahn setzt die Komponenten in Halle 2. Bitte alle Boote an den Start. Boot 1 und 2 mal ein bisschen abstoppen. Boot 7 vor. Nochmal für euch den Allersee in Wolfsburg im Hintergrund. Und da geht nun das Drachenbootrennen zu Ende. War eine richtig schöne Veranstaltung heute. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und schaut das Video euch an. Daumen hoch, wenn es euch nicht gefällt. Zwei Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und drückt wieder alle Knöpfe. Abonniert meinen Kanal CapStory mit Bernie. Dann freue ich mich besonders darüber und werde weitermachen. Und ja, damit beende ich das Video. Und bis zum nächsten Mal. Es geht bestimmt weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.